Unterwegs in den Berner Alpen, auf dem Rote Tod, vorne das Felsenhorn, woher wir gekommen sind. Nach rechts das Dolbenhorn, hier von links Alt-Elz, Palmhorn und Rinderhorn. Und der Blick geht in die Walliser Alpen, zu Weissmies, Laginehorn, Rentschhorn und nach rechts, über 30 Viertausender in den Walliser Alpen sind zu sehen. Besten Dank und allen guten Touren!